JEDOX ist ein deutsches Business Intelligence und Performance Management Unternehmen, fokussiert auf die Business User im Unternehmen und wir bieten eine komplette Business Intelligence Suite für Planung, Analyse und Reporting an. Unser Produkt ist extrem End-User-Anwenderfreundlich. Wir haben festgestellt, dass nahezu 90 Prozent unserer potenziellen Kunden Excel für Business Intelligence und Planungsaufgaben verwenden. Das haben wir uns zum Nutzen gemacht und verwenden die Vorteile von Excel, eliminieren aber durch eine komplette integrierte Business Intelligence Suite die Nachteile. Wir möchten weiter unser internationales Wachstum fortsetzen. Wir sind in den letzten Jahren extrem stark gewachsen mit 30 bis 40 Prozent pro Jahr, stark auch im Ausland. Unsere internationale Enterprise Readiness, wie wir es intern gerne nennen, möchten wir weiter ausbauen.